Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Wenn du nach einer Grafikkarte suchst, die optimale Leistung bei einer Auflösung von 1080p bietet, bist du hier genau richtig. In diesem Video werde ich euch einige der leistungsstärksten und kosteneffizientesten Grafikkarten vorstellen, die speziell für das Spielen in Full HD entwickelt wurden. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Die GeForce RTX 3050 verfügt über 8 GB GDDR6 Grafikspeicher, der eine hohe Leistung und schnelle Ladezeiten ermöglicht. Mit der Unterstützung von Echtzeit-Raytracing-Technologie und künstlicher Intelligenz bietet die Grafikkarte ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit realistischen Lichteffekten und detaillierten Grafiken. Sie bietet auch Unterstützung für Nvidia DLSS, eine Technologie, die die Leistung und Bildqualität in Spielen verbessert, indem sie KI verwendet, um hochauflösende Bilder zu generieren. Die Grafikkarte unterstützt auch HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a, was eine hohe Bildwiederholrate und eine hohe Auflösung ermöglicht. Dies macht sie ideal für Gaming auf einem 1080p-Monitor oder sogar auf einem 1440p-Monitor. Insgesamt bietet sie eine solide Leistung für 1080p-Gaming und ist auch in der Lage, einige Spiele in 1440p mit anständigen Frameraten zu betreiben. Sie ist eine gute Wahl für Gamer, die nach einer erschwinglichen Grafikkarte suchen, die dennoch eine beeindruckende visuelle Qualität bietet. Die RTX 3060 Ti verfügt über 8 GB GDDR6-Grafikspeicher, der eine schnelle Datenübertragung ermöglicht und eine hohe Leistung in Spielen gewährleistet. Die Grafikkarte verfügt über 4864 CUDA-Kerne, die für eine schnelle und flüssige Gaming-Performance sorgen. Zudem ist das Modell für 1440p-Gaming optimiert und bietet eine hohe Bildwiederholrate und Auflösung. Sie ist in der Lage, die meisten aktuellen Spiele in hoher Detailstufe mit flüssigen Frameraten auszuführen. Darüber hinaus unterstützt sie HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a, was eine hohe Kompatibilität mit modernen Monitoren gewährleistet. Dieses Modell ist eine leistungsstarke Grafikkarte, die für anspruchsvolles Gaming und Content-Erstellung geeignet ist. Mit ihrer beeindruckenden Leistung und ihrer Unterstützung für fortgeschrittene Technologien ist sie eine hervorragende Wahl für Gamer, die eine herausragende Grafikqualität und flüssige Gameplay-Erlebnisse suchen. Auch die ATX 3060 verfügt über 12 GB GDDR6-Grafikspeicher, der eine hohe Bandbreite und eine schnelle Datenübertragung ermöglicht. Die Grafikkarte besitzt 6144 CUDA-Kerne und somit eine ausgezeichnete Leistung. Sie unterstützt zudem NVIDIA DLSS. Das Modell ist für 1080p und 1440p Gaming optimiert und bietet eine gute Balance zwischen Leistung und Preis. Sie ist in der Lage, die meisten aktuellen Spiele in hoher Detailstufe mit flüssigen Frameraten auszuführen. Darüber hinaus unterstützt sie HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a, was eine hohe Kompatibilität mit modernen Monitoren gewährleistet. Als nächstes geht es um die ATX 3070 Ti. Sie bietet eine beeindruckende Grafikqualität und Leistung, insbesondere in Bezug auf Echtzeit-Raytracing und KI-gestützte Funktionen. Mit ihrem großzügigen VRAM und den CUDA-Kern ist sie in der Lage, Spiele in hoher Detailstufe flüssig und mit hoher Bildwiederholrate bei einer Auflösung von 1440p auszuführen. Sie ist auch mit modernen Anschlüssen wie HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a ausgestattet, was eine nahtlose Integration mit aktuellen Monitoren ermöglicht. Dadurch können Nutzer von den neuesten Display-Technologien profitieren und eine immersive Gaming-Erfahrung genießen. Darüber hinaus unterstützt die Grafikkarte Nvidia DLSS eine Technologie, die Spiele mit Hilfe von KI-Rendering optimiert und eine verbesserte Bildqualität bei gleichzeitiger Leistungssteigerung bietet. Dies ermöglicht es Spielern, ihre Spiele mit höheren FPS-Raten und beeindruckenden visuellen Effekten zu genießen. Das Modell ist für 1440p Gaming optimiert und bietet eine hohe Bildwiederholrate und Auflösung. Sie ist in der Lage, die meisten aktuellen Spiele in hoher Detailstufe mit flüssigen Frameraten auszuführen. Insgesamt handelt es sich um eine leistungsstarke Grafikkarte, die für anspruchsvolles Gaming und Content-Erstellung geeignet ist. Die AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB ist eine leistungsstarke Grafikkarte. Sie gehört zur Radeon RX 6000er Serie und basiert auf der RDNA 2 Grafikarchitektur, die eine verbesserte Leistung und Energieeffizienz bietet. Das Modell verfügt über 12 GB GDDR6 Grafikspeicher, der eine hohe Bandbreite und eine schnelle Datenübertragung ermöglicht. Mit der Unterstützung von AMD Infinity Cache und DirectX 12 Ultimate bietet die Grafikkarte eine beeindruckende Leistung und visuelle Qualität. Die Grafikkarte ist mit 2560 Stream-Prozessoren ausgestattet, die für eine solide Gaming-Leistung sorgen. Sie unterstützt auch Echtzeit-Rade-Tracing-Technologie und Variable-Rade-Shading, um realistische Lichteffekte und bessere Performance in Spielen zu ermöglichen. Das Modell ist eine leistungsstarke Grafikkarte, die sich sowohl für Gaming als auch für Content-Erstellung eignet. Mit ihrer fortgeschrittenen Architektur und ihren umfangreichen Funktionen bietet sie eine beeindruckende Leistung und visuelle Qualität für anspruchsvolle Anwendungen. Auch die RX 6650 XT mit 8 GB ist optimal geeignet für 1080p Gaming. Sie verfügt über ausreichend Grafikspeicher, eine hohe Anzahl an Recheneinheiten und eine leistungsfähige Architektur. Weitere wichtige Faktoren des Modells sind die Energieeffizienz, die Kühlung und die Anschlussmöglichkeiten der Grafikkarte. Zudem verfügt sie über 3x Displayport 1.4a sowie 1x HDMI 2.1b. Insgesamt handelt es sich um eine sehr gute Grafikkarte mit optimalen Eigenschaften. Mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher bietet die RX 66100 eine hohe Bandbreite und schnelle Datenübertragung. Dank der AMD Infinity Cache und der DirectX 12 Ultimate Unterstützung liefert die Grafikkarte solide Leistung und visuelle Qualität. Die RX 66100 verfügt über 1792 Stream-Prozessoren, die eine gute Gaming-Leistung in 1080p Auflösung gewährleistet. Sie unterstützt außerdem AMD FidelityFX Super Resolution, eine Technologie, die die Bildqualität und Performance in Spielen verbessert. Optimiert für 1080p Gaming bietet sie eine ausgewogene Mischung aus Leistung und Preis. Sie ist in der Lage, die meisten aktuellen Spiel in hoher Detailstufe mit flüssigen Bildraten auszuführen. Darüber hinaus unterstützt sie HDMI 2.1 und Displayport 1.4, was eine hohe Kompatibilität mit modernen Monitoren gewährleistet. Das Modell ist eine zuverlässige Mittelklasse Grafikkarte, die sich ideal für 1080p Gaming eignet. Mit ihrer verbesserten Architektur und den unterstützten Technologien bietet sie eine gute Leistung und visuelle Qualität für Gamer, die nach einer verlässlichen Option zu einem vernünftigen Preis suchen. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten 1080p Gaming Grafikkarten. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls ihr mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.